Keine andere Körperflüssigkeit lässt sich so schwer von einem Tatort entfernen wie Blut. Morde, Überfälle und Vergewaltigungen hinterlassen fast immer verräterische Blutspuren, die von Ermittlern untersucht werden können. Bei einem gewalttätigen Überfall kann ein Angreifer kaum kontrollieren, wo das Blut seines Opfers landet oder welche Geheimnisse es verrät. Bei Angriffen werden manchmal kleine Arterien durchtrennt. Das Blut tritt dann im Rhythmus unseres Herzschlags aus. Schon ein paar kleine Spritzer können den Wissenschaftlern Hinweise auf den Täter liefern und darauf, wie er vorgegangen ist. Einige spektakuläre Fälle. Der legendäre Plattenproduzent Phil Spector wird zum Hauptverdächtigen in einem aufsehenerregenden Mordfall. Blutspuren wurden auf seiner Kleidung gefunden. Ein Farmer will die Ermittler in die Irre führen, indem er einen Mord als Notwehr erscheinen lässt. Und wie nahezu unsichtbare Blutspritzer Experten täuschen können. Sie glauben nämlich, dass Sean Jenkins seine Pflegetochter brutal ermordet hat. Blutspuren an einem Tatort. Sie können darüber entscheiden, ob ein Mörder überführt wird oder davonkommt. Oder ein Unschuldiger ins Gefängnis muss. Dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Beinahe zu jedem Gewaltverbrechen findet man Spuren von Körperflüssigkeiten am Tatort. Diese liefern oft wertvolle Informationen. Meine Spezialität sind Ermittlungen bei schweren Verbrechen. Dabei arbeite ich mit DNA-Profilen und der Analyse von Blutspuren, Fasern, Haaren und Körperflüssigkeiten. Ich verknüpfe letztlich all diese Komponenten, damit wir ein Verbrechen aufklären können. Die Untersuchung von Blutspritzern hilft den Wissenschaftlern, sich ein Bild des Verbrechens zu machen. Dies nennt man Schlagspritzspuren. Wir sehen die oft an Tatorten, an denen jemand einen Menschen mit einem Gegenstand erschlagen hat. Ein Angriff oder Kampf lassen sich anhand von Länge, Position, Form und Höhe der Blutspuren erkennen. Oder ob es vielleicht ein Unfall war. Sogar Rückschlüsse auf die Tatwaffe sind möglich. Manchmal allerdings entpuppen sich selbst scheinbar offensichtliche Beweise dann doch als zweifelhaft. Dies ist ein Notruf. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Meine Tochter ist gestürzt und hat eine Kopfverletzung. Überall ist Blut. Der Fall schien eindeutig. Die 13 Jahre alte Billy Joe Jenkins wurde am 15. Februar 1997 in England brutal ermordet. Polizei und Forensiker stellten am Tatort fest, sie war erschlagen worden, während sie die Terrassentüren im Haus ihrer Familie in Hastings strich. Ein Anschlag auf ein Mädchen in seinem Zuhause. Am Tatort fanden die Ermittler unter anderem, was sie für die Mordwaffe hielten. Forensiker des Innenministeriums stellten bald fest, dass Billy Joe tatsächlich damit umgebracht worden war. Der Täter näherte sich wohl von hinten, nahm eine Metallstange, die gerade beim Aufräumen aufgetaucht war, und schlug mehrmals auf ihren Kopf ein. Die Jagd auf den Täter war eröffnet, landesweit und mit allen Mitteln. Billy Joes Pflegeeltern Sean Jenkins und seine Frau Lois riefen im Fernsehen zur Suche nach dem Täter auf. Unsere Familie ist am Boden zerstört. Wir verstehen nicht, warum unsere Tochter ermordet wurde oder was das Motiv gewesen sein könnte. Da ahnte Sean Jenkins noch nicht, dass er zum Hauptverdächtigen in diesem Fall werden würde. Die Ermittler hatten unter anderem Seans Kleidung aus dem Haus mitgenommen. Der Forensiker Adrian Wayne untersuchte alles. Wir sahen uns zuerst Seans Hose an und meine Assistentin entdeckte bald kleine Blutflecken. Sie konzentrierten sich vor allem vorne, unten, am rechten Bein. Nach diesem Fund sahen wir uns die Schuhe und die Jacke an und fanden dort ebenfalls Blut. Genau gesagt, 158 mikroskopisch kleine Blutstropfen. Mich überraschte das. Ich wusste, dass das ein schwieriger Fall werden würde, weil die Sache in der Presse solche Aufmerksamkeit erregte. Die Forensiker werteten die Beweise aus. Die Polizisten konzentrierten sich auf ein Charakterprofil von Sean Jenkins. Bei einem zweistündigen Gespräch mit seiner Frau Lois erwähnten sie, dass ihr Mann der Täter sein könnte. Als Beweis führten sie die winzigen Blutspuren auf seiner Kleidung an. Sean Jenkins war stellvertretender Leiter einer großen Schule und in der Stadt sehr anerkannt. Als sie seine Vergangenheit durchleuchteten, entdeckten die Ermittler allerdings Ungereimtheiten. Es zeigte sich, dass er in seinem Lebenslauf nicht ganz ehrlich gewesen war, um seinen jetzigen Posten zu bekommen. Jenkins geriet immer stärker unter Verdacht. Es zeigte sich, die Blutflecken auf seiner Kleidung wirkten wie feiner Sprühnebel. Ein Indiz für die Ermittler. Sean Jenkins könnte der Angreifer gewesen sein. Hose und Schuhe deuteten darauf hin, dass sich da jemand über eine blutige Oberfläche beugte und sie berührte. Etwa Billy Joes Kopf. Jenkins wurde verhaftet. Seine bürgerliche Existenz war zerstört. Es begann ein öffentlicher Albtraum. Sean David Jenkins aus Hastings, 29 Jahre alt, wurde heute Nachmittag des Mordes an Billy Jo Jenkins beschuldigt. Der Fall berührte einen Nerv. 1998 begann Sean Jenkins Prozess und er stand sofort im Mittelpunkt des Medieninteresses. Zeitungen und Fernsehsender spekulierten über jeden Aspekt des Falles. Die Staatsanwaltschaft rekonstruierte den Ablauf des Mordtages. Den Geschworenen wurden Bilder einer Überwachungskamera vom selben Vormittag gezeigt. Jenkins und eine seiner Töchter in einem Supermarkt. Laut Anklage hatte er beim Nachhausekommen im Streit mit Billy Jo die Beherrschung verloren. Und sie mit der Metallstange mehrfach auf den Kopf geschlagen. Dann sei er wieder in den Wagen gestiegen und in einen Baumarkt gefahren, um sich ein Alibi zu verschaffen. Der gesamte Angriff ging angeblich innerhalb von drei Minuten über die Bühne, während die beiden anderen Töchter im Auto warteten. Wieder zu Hause soll er die leblose Billy Jo auf der Terrasse gefunden und dann die Polizei gerufen haben. Meine Tochter ist gestürzt und hat eine Kopfverletzung. Überall ist Blut. Sie blutet am Kopf? Ja, nein, hier ist alles voll Blut. Sie liegt auf dem Boden. Ihr Name bitte? Ist Ihre Tochter bei Bewusstsein? Nein, ich muss gleich wieder nach ihr sehen. Der Forensiker Adrian Wayne präsentierte seine Blutfleckenanalyse als Zeuge der Anklage. Er demonstrierte, wie die Spritzer entstanden sein konnten, während der Mörder über Billy Joe stand und immer wieder auf sie einschlug. Jenkins' Verteidiger Anthony Schrivner hatte eine andere Theorie, wie die Flecken auf die Kleidung gekommen sein könnten. Eine Blutblase aus Billy Joes Nase könnte geplatzt sein, als Jenkins sich über sie beugte, um zu sehen, ob sie bei Bewusstsein war. Experten bestätigten, ja, die Blutspritzer könnten auf diese Weise an die Kleidung gekommen sein. Doch die Anklage hatte ihre eigenen Experten und die ließen diese Theorie platzen. Wir haben wissenschaftliche Messungen durchgeführt. Sie sollten zeigen, ob Billy Joe dieses Blutmuster tatsächlich durch Ausatmung verursacht haben konnte. Der Probandin wird Blut in die Nase gefüllt. Dann atmet sie sehr kräftig aus. Im ersten Versuch traf sie das Ziel nicht. In diesem Fall hat sie Flecken auf dem Ziel erzeugt, aber sehr viel weniger als auf Shorns Kleidung. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass beim Bewegen des Körpers Luft durch die Nase austrat und eine solche Blase erzeugte. In dieser Situation kamen die Blutspritze aber nicht so hoch hinauf. Und die Flecken fanden sich ja nicht nur auf Shorns Hose, sondern auch auf seiner Jacke. Die Geschworenen ließen sich von der Blutspurenanalyse der Anklage überzeugen. Jenkins wurde einstimmig des Mordes für schuldig befunden. Er erhielt lebenslänglich und beteuerte noch immer seine Unschuld. Jenkins kam ins Gefängnis, aber seine Verteidiger ließen nicht locker und suchten weiter nach einer anderen Erklärung für das Blut auf seiner Kleidung. Sobald die Forensik scheinbar seine Schuld bewiesen hatte, wurden die Ermittlungen eingestellt. Neun Jahre lang kämpfte Jenkins gegen die Mühlen der Justiz. In diesen Jahren verlor er alles. Seinen Ruf, seinen Job und seine Familie. Blutspritzer spielten auch eine Hauptrolle im Fall des berühmten Musikproduzenten Phil Spector und der Ermordung von Lana Clarkson. Anfang Februar 2003 lernte Spector die Ex-Schauspielerin Lana Clarkson in einem Club auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles kennen. Die beiden tanzten und fuhren dann zu Spectors Anwesen, dem Pyrenees Castle im kalifornischen Alhambra. Zwei Stunden später, um fünf Uhr morgens, ging bei der Polizei ein Notruf ein. Von Spectors Fahrer. Der hatte die tote Schauspielerin entdeckt, mit einer Schussverletzung im Gesicht. Die Polizisten fanden eine Frau vor, die im Haus erschossen worden war. Sie wurde für tot erklärt. Mr. Philip Spector von Motown Records wurde wegen Mordes verhaftet. Spector war außer sich und wurde von der Polizei ruhiggestellt, bevor er abgeführt werden konnte. Weil es bis auf Spector keine Zeugen gab, waren die Blutspuren in diesem Fall von zentraler Bedeutung. Am 20. November 2003 wird Spector wegen Totschlags angeklagt. Laut der Anklage soll er den Abzug der Waffe betätigt und die Frau getötet haben. Die Verteidigung plädierte auf Selbstmord. Clarkson habe sich selbst erschossen. Nach Zahlung einer Kaution von einer Million Dollar bleibt der Angeklagte bis Prozessbeginn auf freiem Fuß. Und das dauert eine ganze Weile. Erst 2007, vier Jahre und einen Monat nach Clarksons Tod, kommt der Fall vor Gericht. Als Produzent erfand Phil Spector das Konzept der Girlband und wurde damit zum Millionär. Vier Jahrzehnte lang arbeitete er mit allen Größen des Musikgeschäfts. Kein Wunder, dass sein Prozess zum weltweiten Medienereignis wurde. Bei der Anklage? Sie werden erfahren, dass der mutmaßliche Täter schon zuvor Gewalt gegen Frauen ausübte. Dass er die Beherrschung verlor und Wutanfälle bekam. Der Tatort war bis ins kleinste Detail untersucht. Die Geschworenen sehen auf einer Leinwand Bilder vom Tatort. Alles wirkte, als sollte hier jemand verführt werden. Auf dem Kamin-Sims brannten Kerzen. Eine leere Flasche Tequila und zwei Gläser fanden sich auf einem Tisch im Wohnzimmer. Alles mit den Fingerabdrücken des Produzenten und der Toten. In der Eingangshalle stand eine Tasche, darin auch eine Packung Viagra. Nur eine Pille war noch übrig. Lana Clarkson saß tot in einem Sessel, die Beine vor sich ausgestreckt. Die Waffe war offenbar auf den Boden neben den linken Fuß gefallen. Die forensische Analyse ergab, Lana war an einer intraoralen Verletzung gestorben. Das heißt, die Waffe war in ihrem Mund abgefeuert worden. Ungewöhnliche Tatumstände. Blieb die Frage, wer abgedrückt hatte. Es gab nur zwei Möglichkeiten. War es Mord oder Selbstmord? Die Verteidigung des Angeklagten hatte ihre eigene Sicht der Dinge. Danach war Lana depressiv, weil sie keinen Erfolg als Schauspielerin hatte. Deshalb habe sie sich das Leben genommen. Ein zentraler Punkt sollte das beweisen. War Specter überhaupt so nahe bei Lana, um ihr in den Mund zu schießen? Oder konnte er gar nicht der Mörder sein, weil er einfach zu weit weg stand? Weist diese Jacke am rechten oder linken Ärmel Blutspritzer auf? So verteilt, dass es auf Nähe zum Mund des Opfers hinweist? Nein, die Blutflecken auf der Jacke lassen diesen Schluss nicht zu. Das Blut, das auf den Händen, dem Handgelenk, der Jacke und dem Kleid des Opfers war, hätte sich auch über Philip Specter verteilt, wenn er die Waffe in ihren Mund geschoben und abgedrückt hätte. Andere Forensiker zeigten als Zeugen der Verteidigung, dass sich weder Specters DNA noch seine Fingerabdrücke auf der Waffe befanden. Auch das sprach für Selbstmord und gegen Mord. Die Anklage interpretierte die Beweislage ganz anders. Die Beweise werden zeigen, dass dieser Mann am 3. Februar 2003 eine geladene Pistole in Lana Clarksons Mund steckte und sie erschoss. Adriano de Souza, Specters Chauffeur, der in der Tat nach die Polizei gerufen hatte, wurde zum Hauptzeugen. Wie klang das Geräusch? Wie Po. Sie sagen Po. Kann es auch Pau sein? Was geschah, als Sie Mr. Specter aus der Hintertür kommen sahen? Ich stieg aus dem Wagen. Er war an der Tür und hatte eine Waffe in der Hand. Was für eine Waffe? Einen Revolver. Sagte er etwas zu Ihnen? Ja. Was sagte er? Ich glaube, ich habe jemanden getötet. Laut Anklage soll Specter wieder ins Haus gegangen sein, die Waffe neben Clarksons Fuß platziert haben und dann sich und den Tatort gesäubert haben. Specters ungewöhnlicher Lebensstil wird unter die Lupe genommen. Vor allem seine bizarre Obsession, Waffen als verführerische Accessoires zu verwenden. Eine Reihe von Frauen sagt aus, dass der Produzent im Laufe der Jahre immer wieder mal Waffen auf sie gerichtet habe. Meist nach übermässigem Alkoholkonsum. Laut Anklage hatte Specter das im Laufe von 30 Jahren vielen Frauen angetan. Aber nie zuvor hatte er dabei abgedrückt. Diesmal war die Situation wohl aus dem Ruder gelaufen. Angesichts der widerstreitenden forensischen Meinungen und der so unterschiedlichen Auslegungen konnten sich die Geschworenen nicht einigen. Die Jury kommt zu keinem Urteil. Der Prozess ist gescheitert. Mehr als ein Jahr später, Ende Oktober 2008, beginnt der zweite Prozess gegen Phil Specter. Kann sein VIP-Status ihn dieses Mal retten? Wieder spielen die forensischen Beweise die entscheidende Rolle. Am 13. April 2009 fällen die Geschworenen nach 30 Stunden Beratung ihr Urteil. Wir, die Geschworenen, halten Philip Specter des Totschlags an Lana Clarkson für schuldig. Der 69-Jährige wurde zu 15 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Das erste, was ein Forensiker am Tatort eines Verbrechens macht, er sucht nach Blutspuren. Der Faktor Blut, er kann helfen, den Tathergang zu rekonstruieren. Blutspurenanalytiker heißen die Experten auf diesem Gebiet. Ein Tropfen Blut, ein bestimmtes Muster, für sie alles wichtige Hinweise. Zu den einfachsten Blutspuren, die man finden kann, zählen einzelne Tropfen. Oft schneidet sich der Täter während der Tat selbst. Falls er blutet, hinterlässt er meist eine Blutspur, wenn er sich vom Tatort entfernt. Auch Blutspuren an der Kleidung von Opfer oder Täter können Hinweise liefern. So ein Muster zeigt uns, dass jemand sich nicht bewegt hat. Das Blut tropft dann einfach auf die Kleidung. Kleine, aber wichtige Hinweise wie diese führten auch dazu, dass ein blutiger Mord geklärt werden konnte. Die Tat erschütterte seinerzeit ein verschlafenes, englisches Dorf. Kurz vor Mitternacht fallen Schüsse in einem Haus. Man weiß, die Bewohner stehen im Zentrum einer seltsamen Hasskampagne. Als die Polizisten auf der Whiddenhall Farm eintreffen, entdecken sie, dass der Farmer Graham Backhouse einen Eindringling erschossen hat. In Notwehr, zumindest behauptet er das. Die Spuren eines erbitterten Kampfes sind deutlich zu sehen, kein Zweifel. Und der Farmer selbst wurde brutal im Gesicht und am Oberkörper mit einem Messer verletzt. Oberflächlich betrachtet spricht alles für einen Akt der Notwehr. Ein Toter liegt auf dem Rücken am Boden. Er hat zwei Schusswunden. Eine recht weit oben am Torso und eine über der linken Brustwarze. Aus der oberen ist sehr viel Blut ausgetreten. Die Leiche im Flur ist Colin B. Dale Taylor, ein 63-jähriger Nachbar. Nach und nach offenbart sich den Ermittlern eine unglaubliche Geschichte ländlicher Rivalitäten. Farmer Backhouse hatte wochenlang Drohanrufe und anonyme Hassbriefe bekommen. Die Polizei überwachte sein Haus. Erstes Opfer der dörflichen Vendetta, Margaret, die Frau von Backhouse. Im Auto ihres Mannes detonierte eine Rohrbombe. Der Anschlag galt offensichtlich ihm. Es traf Margaret. Sie erlitt schwere Verletzungen an Beinen und Rücken, überlebte aber wie durch ein Wunder. Das war eine besonders schlimme Bombe. Neben dem Explosivstoff Nitroglycerin befanden sich in dem Rohr 4.500 Bleikugeln in einer Blechdose. Ihre Zündung war mit der Elektrik des Autos verbunden. Das war eher wie ein Schuss aus einer abgesägten Schrotflinte als eine Bombe. Der Fahrer sollte durch den Sitz erschossen werden. Nach dem tödlichen Streit zwischen dem Farmer und seinem Nachbarn schien die Polizei den Urheber der Hasskampagne gefunden zu haben. Doch was war das Motiv des Nachbarn? Im Krankenhaus schildert der verletzte Farmer die Geschehnisse jener Nacht, wie alles angeblich passierte. Er erklärt, dass er sich Monate zuvor mit dem Nachbarn wegen eines Stücks Land zerstritten habe. Doch dann war der Nachbar überraschend aufgetaucht, um sich nach Margaret zu erkundigen. Wie geht's Margaret? Ihr geht's gut. Sie wird das schaffen. Du hast nie Schuld, oder? Plötzlich eskaliert die Situation, so die Darstellung des Farmers. Taylor greift ihn brutal mit dem Messer an und schreit dabei, dass er nur Gottes Werk vollende. Die Geschichte wirkt glaubhaft und passt zu den Beweisen vom Tatort. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Manchmal fällt es einem schwer, kein mulmiges Gefühl zu haben. Das ist ein reines Bauchgefühl. Ich dachte mir einfach, dass die Erklärung von Farmer Graham Beckhaus in meinen Ohren falsch klang. Die Forensiker kommen schließlich der Wahrheit auf die Spur. Und die ist erschreckend. Der Farmer ist nicht direkt zum Flur gegangen. Er ging erst hier herum und tropfte beim Gehen alles voll Blut. Der Forensiker Jeffrey Robinson untersuchte jeden einzelnen Blutstropfen im Haus. Eine Woche lang analysierte er ihre Umrisse, Formen und trug alle Spuren in Listen ein. Was er entdeckte, widersprach der Schilderung des Farmers. Nach einem erbitterten Kampf hätten die Blutspuren anders ausgesehen. Das Blut hätte mehr gespritzt. Es gäbe Flecken, die auslaufen, was auf heftige Bewegungen hinweist. Aber keine der Blutspuren deutete wirklich darauf hin, dass hier ein Kampf stattgefunden hatte. Das Aussehen der perfekt runden Blutflecken in der Küche sagt mir, dass der Farmer unmöglich aus der Küche geflohen war. Er stand ganz ruhig an mehreren Stellen und das Blut tropfte herunter. Doch wenn es keinen Kampf gab, woher hatte der verletzte Farmer dann die furchtbaren Schnittwunden im Gesicht und am Körper? Mein Problem war folgendes. Wenn er sich diese großen Wunden selbst zugefügt hatte, wie ertrug er die Schmerzen? Die schlimme Wunde am Torso war 46 Zentimeter lang und an einigen Stellen fast 8 Zentimeter tief. Ein schwieriger Fall für die Forensiker. Die Wunde auf der Brust ist bemerkenswert. Zuerst führt sie nach unten. Das wirkt so wie die üblichen Wunden beim Angriff mit einem Messer. Aber dann setzt sie beim Brustbein aus. Das ist eine sehr empfindliche Stelle. Wurde es deshalb vermieden? Besonders wichtig ist aber, wie die Wunde nach rechts verläuft. Das wäre so bei einer fremdverschuldeten Verletzung nicht der Fall. Das Messer wurde hier kontrolliert geführt. Und das spricht für eine selbst zugefügte Wunde. Und die Ermittler kamen am Tatort zu zwei anderen Erkenntnissen. Bei der Untersuchung des Gewehrs fanden sich keinerlei Blutspuren. Wie könnte ein Mann, der stark blutete, beim Abdrücken kein Blut hinterlassen? Und hatte der erschossene Nachbar wirklich ein Messer in der Hand? Die forensischen Beweise zeigten, dass er das Messer fallen gelassen hätte, sobald er erschossen wird. Wieder einmal kein perfekter Mord. Und wieder einmal ein Fall aufgedeckt mit den Mitteln der Forensik. Die Ermittler waren sicher, dass der Farmer sich das ganze Szenario nur ausgedacht hatte. Sie mussten ihn mit den Beweisen nur noch festnageln. Und der endgültige Durchbruch ließ nicht auf sich warten. Eine Kritzelei auf einem Notizblock im Farmhaus. Das war die Verbindung. Und der Beweis. Der Farmer hatte die Drohbriefe selbst geschrieben. Und wohl auch die Bombe platziert, die seine Frau so schwer verletzt hatte. Und er hatte den tödlichen Streit mit dem Nachbarn inszeniert. Im Verhör kam dann auch das Motiv ans Tageslicht. Der Farmer war bis über beide Ohren verschuldet und völlig verzweifelt. Vor einigen Monaten hatte er die Lebensversicherung seiner Frau erhöht und dann kaltblütig ihren Tod geplant, um das Geld einzustreichen. Die ganze angebliche Hasskampagne war Teil seines Plans. Doch als seine Frau nicht umkam, brauchte er einen Sündenbock. Der Nachbar war sein Bauernopfer. Doch der Plan, ihn zu töten und sich auf Notwehr zu berufen, besiegelte schliesslich seinen eigenen Untergang. Blutspuren helfen den Forensikern dabei, den Ablauf einer Tat zu rekonstruieren. Ein anderes wichtiges Werkzeug der Ermittler ist die Analyse von Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Die sogenannte Serologie. Wir untersuchen viele Körperflüssigkeiten, je nach dem Verbrechen, um das es geht. Bei Vergewaltigungen suchen wir nach Samen oder Speichelflecken. Diese können wir testen und zuordnen. Die Serologie kann viel. Beweisen, wer am Tatort war und wann die Tat geschah. Im Laufe der Jahre hat die Serologie solche Fortschritte gemacht, dass heute rund 300 Blutgruppensysteme klassifiziert werden können. Vor allem der Serologie gelang es letztlich, einen berüchtigten Mörder zu entlarven. Man nannte ihn nur The Fox, der Fuchs. Am 23. Oktober 1983 heiratete die älteste Tochter von Basil und Avril Leitner. Die Leitners waren wohlhabend und hatten mehr als 200 Gäste in das große Festzelt in ihrem Garten geladen. In diesem Zelt sollte später eine furchtbare Tat begangen werden. Die Leitners ahnten nicht, dass die Feier von einem Mann beobachtet wurde, der in Nikola Leitner verliebt war. Die 18 Jahre alte Schwester der Braut. In der Nacht wurde Nikola durch den Lärm eines erbitterten Kampfes geweckt. Ihre Schlafzimmertür wurde aufgerissen. Eine Taschenlampe leuchtete ihr ins Gesicht und ein Mann sagte, dass sie still sein solle, sonst würde sie sterben, wie schon ihre Eltern und ihr Bruder. Die Polizei wurde von Arbeitern gerufen, die Nikola gefesselt und völlig traumatisiert im Festzelt fanden. Das war ein schreckliches Verbrechen und es war sehr ungewöhnlich. Als Polizist entdeckt man immer Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Verbrechen, aber keiner von uns hatte jemals sowas gesehen. Nikola war mit einer Krawatte an einen Zeltmast gebunden und so verstört, dass sie nicht einmal sprechen konnte. Im Haus entdeckten die Ermittler ein Blutbad. Zuerst wurde ja Nikola gefunden, die überfallen worden war. Im Inneren des Hauses fand man dann drei Tote. Ihre Mutter, den Vater und ihren Bruder. Sie waren erstochen worden und starben qualvoll. Zehn Tage lang durchforstete die Polizei alles auf Hinweise. Blut wurde in zwei Schlafzimmern, am Treppenabsatz und auf der Treppe gefunden. Die Proben gingen zur Analyse in die Forensik. Die Polizei versorgte die Medien sofort mit Details. Ein eher unüblicher Schachzug. Der sich als Vorteil erwies. Ein alter Kollege rief an und meinte, das klingt nach einem Mann, der aus der Polizeistation in Selby getürmt ist. Der Verdächtige war ein 42 Jahre alter Fitness-Fanatiker namens Arthur Hutchinson. Hutchinson war wegen eines Vergewaltigungsfalles festgenommen worden. Bei der Flucht war er aus einem Fenster im ersten Stock und über eine Mauer mit Stacheldraht gesprungen. Dabei hatte er sich eine schwere Verletzung am Bein zugezogen. Die Polizei hatte nun einen Hauptverdächtigen. Doch sie brauchte noch eine Verbindung zum Leitner-Fall. Die Ermittler hofften, dass die Blutflecken sie weiterbringen würden. Frühere Blutproben aus dem Vergewaltigungsfall zeigten, dass Hutchinson eine seltene Blutgruppe hatte. Die Tatsache, dass Hutchinson blutete, war ungewöhnlich. Aber er hatte sich bei der Flucht ja diese Wunde zugezogen, die nur schwer verhalte. Und wir konnten letztlich zeigen, dass er auf dem Bett gekniet hatte, als er das Opfer vergewaltigte. Dabei hinterließ er den Abdruck seiner Wunde am rechten Knie auf dem Laken. Das war das Blut, das wir brauchten. Die Proben vom Tatort wurden analysiert. Die Wissenschaftler identifizierten eine seltene Kombination aus Blutfaktoren. Alle in diesem Fall hatten die Blutgruppe 0, eine häufige Blutgruppe. Bei Hutchinson sah das Ergebnis ganz anders aus. Er gehörte zu einer sehr seltenen Gruppe, wenn man den nationalen Durchschnitt betrachtete. Die Polizei startete eine wahre Jagd auf Hutchinson. Doch der Fuchs war ständig unterwegs. Er fuhr mit dem Zug in den Nordosten und kontaktierte erst seine Schwester und dann seine Mutter. Am 4. November wird er im Ort Hartlepool gesehen, nicht weit weg vom Haus seiner Mutter. Ein Nachbar ruft die Polizei. Wir wussten, dass er in Hartlepool gesehen worden war. Wir schickten also ein großes Team hin. Und ein Flugzeug. Einer unserer Leiter war Freizeitpilot und er half uns mit dem Flugzeug bei der Suche. Während der Nacht passierte nichts. Doch sobald es hell wurde, setzten 400 Mann ihre Jagd fort. Erst am späten Nachmittag, kurz vor Einbruch der Dämmerung, entdeckten sie Hutchinson in einem Feld und nahmen ihn fest. Er gab nicht so schnell auf. Das war eine ziemliche Jagd. Nach der Verhaftung musste Hutchinson ins Krankenhaus. Er hatte sich selbst mit einem Messer verletzt. Sein Gerichtsprozess begann am 4. September 1984. Hutchinson wurde des dreifachen Mordes und zahlreicher Vergewaltigungen beschuldigt. Die forensischen Beweise gegen ihn waren erdrückend. Die Blutprobe, die beim letzten Vergewaltigungsfall genommen worden war, passte zu den Blutflecken im Haus der Leitners. Das bestätigte endgültig den Verdacht gegen ihn. Das Blut konnte von keinem anderen stammen. Noch wichtiger war, Nikola Leitner identifizierte ihn als den Angreifer. Der Prozess dauerte nur 10 Tage. Die Jury aus 6 Männern und 6 Frauen verkündete das Urteil. Schuldig in allen 5 Punkten. Diese Verbrechen waren wirklich furchtbar. Er war ein gefährlicher Mann. 2008 ging Arthur Hutchinson gegen das Urteil in Berufung. Doch erfolglos. Er wird den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen. Die Blutspurenanalytiker haben eine Reihe von Experimenten auf Lager, um die Muster, die am Tatort gefunden werden, zu rekonstruieren. Ihre wissenschaftlichen Argumente können vor Gericht meist überzeugen. Doch sie sind nicht immer die ganze Wahrheit. Die wissenschaftlichen Beweise, die vor Gericht kommen, sind ja nur ein Teil all dessen, was die Geschworenen hören. Wir versuchen, das ganze Puzzle zusammenzusetzen. Doch wir gehen dabei von Informationen aus, die uns gegeben werden. Und wenn diese Informationen nicht stimmen oder nicht vollständig sind, wird unsere Arbeit schwierig. In den Hutchinson- und Spectre-Prozessen erwies sich die Blutspurenanalyse als wichtiges Werkzeug. Der Fall Shawn Jenkins zeigte dagegen all ihre Schwächen. Plötzlich standen die Experten selbst im Kreuzfeuer. 158 mikroskopisch kleine Blutflecken waren auf Jenkins' Kleidung gefunden worden. Den Geschworenen hatten sie ausgereicht, um Jenkins wegen des Mordes an seiner Pflegetochter Billie Jo zu verurteilen. Aber Shawn Jenkins beteuerte weiterhin seine Unschuld. Und er sollte eine zweite Chance vor Gericht bekommen. Während er im Gefängnis saß, suchten seine Verteidiger neue Experten. Die sollten Jenkins' Erklärung für die Blutspritzer auf seiner Kleidung bestätigen. Diesmal würden sich die Geschworenen hoffentlich überzeugen lassen. Im August 2004 wurde das Verfahren aufgrund zweier wichtiger neuer Punkte wieder aufgenommen. Jenkins' eigene Tochter war inzwischen alt genug, um auszusagen. Und entlastete ihren Vater. Und es gab neue medizinische Beweise, die seine ursprünglichen Angaben stützten. Professor David Dennison fand in Billie Joes Lungen Hinweise auf eine seltene Erkrankung. Dieses sogenannte pulmonale interstitielle Emphysem könnte den Druck in Billie Joes Luftwegen erhöht haben. Dennison stellte das Krankheitsbild in einem Versuch nach und zeigte, die Blutblase konnte tatsächlich mit solcher Kraft platzen, dass die Spritzer auf Jenkins' Kleidung entstanden. Angesichts dieser neuen Beweise ordnete das Berufungsgericht ein neues Verfahren an. Jenkins wurde auf Kaution freigelassen. Anklage und Verteidigung konsultierten wegen der Flecken fast 30 Experten aus der ganzen Welt. Der Kanadier Joe Slamco zählte zu den Fachleuten, die eine neue Interpretation der Beweise lieferten. Mir fiel vor allem das Muster der Spritzer im Brustbereich der Jacke auf. Die Flecken lagen dort auf engem Raum, so dicht beieinander, dass sie nur beim Ausatmen entstanden sein konnten. In noch einmal zwei Wiederaufnahmeverfahren konnten sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen. Vor dem zentralen Strafgerichtshof Old Bailey in London wurde Jenkins dann am 9. Februar 2006 offiziell für unschuldig erklärt. Er war damit freigesprochen. Während seiner sechs Jahre im Gefängnis war Jenkins immer bei seiner Version der Geschehnisse geblieben. Er konnte nicht erklären, wie das Blut auf seine Kleidung gekommen war. Aber er hatte Billy Joe nicht ermordet. Billy Joes Mörder entging der Justiz durch die schlimmen Fehler in der Ermittlungsarbeit. Und weil die Staatsanwaltschaft um jeden Preis unbedingt mich schuldig sprechen wollte. Die Ermittler gaben sich absichtlich blind und inkompetent. Die Mordermittlung muss sofort wieder aufgenommen werden. Mit einem neuen Team, das sich bemüht, Billy Joes Killer zu finden. Die Blutspurenanalyse ist seit mehr als 40 Jahren ein wichtiges Werkzeug der Forensik. Doch der Fall von Sean Jenkins ließ Zweifel aufkommen. Und sorgte dafür, dass die Analysetechniken immer weiterentwickelt wurden. Der Fall Jenkins zeigte, dass Blutspritzer die Geschichte eines Mordes erzählen können. Doch alles hängt davon ab, wer diese Geschichte liest. Der Mörder von Billy Joe wurde jedenfalls nie gefasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017